Wir stellen Ihnen Organisationen und Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Branchen und Ländern vor. Es sind Beispiele für brillante Businessmodelle aus der Gegenwart und aus der Geschichte. Was ist das Erfolgsrezept dieser brillanten Unternehmen und was können wir von ihnen lernen? Seien Sie sich der besonderen Stärken Ihres Unternehmens bewusst. Schaffen Sie Fokus auf der Grundlage Ihrer heutigen Kernqualitäten und Ihrer Vision. Suchen Sie nach Problemen von Konsumenten. Dort liegen neue Erfolgschancen. Schaffen Sie neue Geschäftsmodelle, wo bisher keine mögliche erschienen. Trauen Sie sich anders zu sein als die anderen. Seien Sie mutig und bereit, Ihre alten Glaubenssätze über Bord zu werfen. Begegnen Sie Ihren Kunden mit Respekt. Zeigen Sie aufrichtiges Interesse an Ihrem Leben, Ihren Sorgen und Ihren Träumen. Achten Sie Ihre Mitarbeiter. Setzen Sie in der Zusammenarbeit auf Vertrauen und Einbeziehung. Bleiben Sie Ihren Werten und Ihrer Visionen treu. Behalten Sie einen langen Atem. Auch wenn einmal Rückschläge auftreten. Wollen Sie mehr über brillante Businessmodelle wissen? Hier erfahren Sie mehr. Behalten Sie Ihre acron nies. Ja. Vielen Dank.